einen wunderschönen guten tag arbeit heute ganz kurz leider auf der anderen seite auch nur sechs stunden gearbeitet ist aber auch okay wir fahren jetzt noch mal in die stadt hoffentlich haben die noch auf kaffee war gut ist auf jeden fall empfehlenswert immer noch mein lieblings kaffee gute musik guter kaffee hat wifi und magazine habe ich festgestellt wir sind jetzt zurück aus napier wir machen uns auf dem weg noch mal nach clive wifi ausnutzen abendessen und so weiter heute ist fast food abend ich habe jetzt eigentlich nur noch darauf noch mit mal mit den eltern zu skypen habe jetzt eben noch mit meiner mutter jetzt geht es wieder zurück zum campingplatz werden noch mal ein bisschen mit den anderen leuten nehmen die lagerfeuer heute abend ein bisschen spaß haben ein bisschen socialisen ich denke mal wir sehen uns morgen wieder